Sieht das wenigstens so schön aus, wie so ein Wasserwerk gleich. So. Eier, wir brauchen Eier. Ja, da haben wir doch schon mal einen Rügenbereich. Da schwimme ich doch jetzt glatt mal hin. Jetzt müssen wir diesen Rügenbereich... ...nur noch übertragen. Also, hehehe. Das hat ja prima geklappt. Sogar besser, als ich erwartet hatte. Oh Gott, weißt du, das lasse ich weg. Oder? Nö, dann lasse ich. Ne, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt gleich dürfte es richtig fließen. Sieht es nicht gut aus? Selbst reden sieht es gut aus. Ich glaube, ich mache es nur so. So reicht das schon. Sacrebleu. Ein eigener kleiner, privater Teich. Oder weniger. Mit schönem Ausblick in die Mine. Und von unten sieht das Ganze hoffentlich genauso gut aus, wie von oben. Ich hoffe es einfach mal. Das sieht doch geil aus. Also, die Idee war wirklich sehr gut. Gut, okay. Das Ding hätte ich schon irgendwie anders postieren können. Aber... Passt auch so. Und hier, was haben wir hier? Schönes. Sagen, beginnen wir hier weiter? Oder machen wir hier weiter? Beginnen wir hier weiter? Auweia! Mein Deutsch verlässt mich. Hilfe. Nicht, dass mir hier gleich noch Zombies auf den Rücken springen. Und hier ist es weg. Zack! Oh! Wie bist du gespawnt? Sag schon! Rede! Ich glaube, den habe ich zu sehr verdroschen. Hier ist so viel Dreck, ey. Brauche ich Jahre. Habe ich noch eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Ah, sind wir schon durch mit... Tja, ähm... Ich schaue mal ganz kurz gerade was nach, wie lange ich schon aufnehme. Hm, ist ja schon eine gute Stunde rum. Ja, werde ich wohl doch nicht ganz fertig mit dem Ausbau der Mine in dieser Aufnahme. So ein bisschen bleibe ich auch meinen Prinzipien treu. Also... Mehr als eine Stunde will ich da jetzt wirklich... Außerdem dauert das Jahre, bis ich das geändert habe. Oh, oh, oh! Ah! Oh, feier Junge! Ich habe doch nichts gegen dich gesagt! Ach! Wieso? Spawnen die jetzt? Wieso? Das muss ich jetzt nicht verstehen! Aber... Irgendwie werde ich es auch mehr in den Kopf reinwirken. Das könnte ich gut benutzen. Nein! Ich komme da nicht dran! Ich bin zu klein! Waaah! Aaaah! Das darf jetzt nicht wahr aussehen. Okay. Geht doch. So. Also, das wird noch was dauern. Zack. So. Bis ich das alles weggesädelt habe, bin ich echt alt und grau. Aber ich hab Zeit. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Jetzt wieder klettern. Wieso muss mein Männchen so klein sein? Zu. Bei mir jetzt gleich wieder Zombie auf der Rücken spawnen hat. Worauf ich jetzt mal wirklich gar keine Lust habe. Wenn ich das machen... So viel Dreck. Haben wir hier irgendwo Lava? Hilfe! Das ist ja der wahre Dreck-Horror. Zack! Ist zwar ein bisschen gemogelt, aber ganz ehrlich, ich scheiß drauf. Zack, 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 zack. Überall Dreck, ahhh. Äh, ja. Ich hab wohl was zu hoch gebohrt. Und hier werde ich jetzt direkt alles aus Stein machen. Alles zu zementieren. Geht ja gar nicht. Tja, ähm, das war's mit unseren 100 Brücken. Untertitelung. Untertitelung. Vielen Dank.